Hallo zusammen und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite hier bei den Tux-Tagen. Ich freue mich sehr, dieses Jahr dabei zu sein. Und ich möchte euch ein Thema vorstellen, das so auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Open Source zu tun hat. Ich möchte nämlich der Frage nachgehen, was denn freie Software, was Open Source mit Kochen zu tun hat, anhand eines ganz konkreten Beispiels. Und vielleicht ein paar Worte zu mir. Mein Hintergrund ist überhaupt nicht im Kochen. Ich bin seit ganz vielen Jahren engagiert für freie Software. Ich bin Geschäftsführer der Document Foundation, der Stiftung in der LibreOffice, bin eines der Gründungsmitglieder. Der technische Hintergrund bei mir liegt im Bereich Infrastruktur. Ich habe viel im Marketing gearbeitet. Und der Grund, warum wir uns heute hier hören, ist, dass ich geholfen habe, die Münchner Open Source Treffen aus der Taufe zu heben. Und in deren Rahmen ist die Idee des Open Source Kochens entstanden. Und ich möchte euch jetzt zuerst mal diese Veranstaltung vorstellen, die wir vor vielen Jahren ins Leben gerufen haben. Dann erklären, wie man denn aus so einer normalen User Group eine Kochveranstaltung machen kann. Die Münchner Open Source Treffen gibt es, wie man sieht, seit vielen Jahren. Und damals war die Situation in München so, dass es ganz viele projektbezogene Treffen gab. Es gab Stammtische für jedes einzelne Projekt. Aber es gab zumindest gefühlt nichts, was alle Projekte zusammenbringen sollte. Und das wollten ein Kollege und ich ändern und haben dann 2009 die Open Source Treffen ins Leben gerufen. Der Gedanke und das Motto dahinter ist, jeder vierte Freitag im Monat für freie Software. Und wir waren am Anfang so ein bisschen größenwahnsinnig und wollten das als deutschlandweite Veranstaltung etablieren. Es gab ein oder zwei Events außerhalb Münchens, aber das hat nicht funktioniert. Dafür haben wir uns eigentlich mittlerweile als feste Größe in München etabliert. Und die Idee ist eben, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, die Projekte, Nutzer, Communities zusammenbringt, ganz unabhängig von welchem Projekt die Leute kommen. Also kein spezifischer Stammtisch für ein spezielles Projekt, sondern einfach eine Möglichkeit für Leute im Bereich Open Source sich zu treffen. Also eine Veranstaltung für viele Projekte. Im Prinzip eine typische lokale User Group, wenn man so möchte. Das hat sich entwickelt, das hat sich etabliert. Und wir hatten ganz, ganz viel Glück, als wir das ins Leben gerufen haben. Denn zum einen, ich komme ein bisschen südlich von München und da sind einfach deutlich weniger Leute. München als große Stadt hat natürlich ein ganz anderes und ein viel größeres Publikum. Leute pendeln zur Arbeit oder damals pendelten sie dorthin. Das sieht ja heute alles so ein bisschen anders aus. Das heißt, wir hatten da schon einen Treffpunkt für ganz, ganz viele Leute. Der Vorteil, zumindest früher, mittlerweile hat sich die Location geändert. Wir waren verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Wir waren in fünf Minuten Laufweite zum Hauptbahnhof. Wir hatten eine sehr gute Anwendung im Nahverkehr. Man konnte also da wirklich ganz spontan und ganz problemlos hingehen. Wir haben das Ganze ganz bewusst nicht am Wochenende veranstaltet, damit die Leute ein ungestörtes ruhiges Wochenende haben, sondern Freitag so von 18 bis 21, 22, manchmal auch 23 Uhr. Das heißt, bequem nach der Arbeit, als Auftakt ins Wochenende. Wir haben aber nicht Zeit von der Familie geklaut oder Zeit für andere Aktivitäten, sondern das so quasi vor das Wochenende noch dran geflanscht. Das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung damals. Eintritt war komplett frei. Es gab keine Pflicht, sich anzumelden. Wir hatten mit der Örtlichkeit, sage ich auch gleich noch zwei der Worte dazu, eben gute Gelegenheit. Da gab es also keinen Verzehrzwang, wie das in manchen Gaststätten der Fall ist, sondern es gab sehr, sehr günstig, eigentlich zum Selbstkostenpreis, Getränke und Speisen. Wir hatten alles, was man so gebraucht hat. Viel Platz, ein Beamer, WLAN, all die Dinge, die wichtig waren. Und eben, da werden wir gleich noch dazu kommen, eine Küche. Und das hat sich im Laufe der Jahre gut entwickelt. Wir haben das und machen das immer noch im Kaffeennetzwerk. Das ist eine Einrichtung des Kreisjugendrings. Und diese Einrichtung hat den Schwerpunkt im Bereich Medienpädagogik. Hat also für unsere Zwecke, Leuten die Idee von freier Software näher zu bringen, wirklich gut gepasst. Und das Kaffeennetzwerk hat in den vergangenen Jahren und auch weiterhin unterstützt viele weitere Projekte. Es gab unter anderem Workshops zum Raspberry Pi. Es gibt dort die Münchner YouTube-Treffen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber es gab zumindest Wikipedia-Treffen. Auch die FSFE hat sich dort getroffen. Das heißt, da war schon so ein gewisser Schwerpunkt auf IT, Open Source, dieser ganze Bereich. Wir waren da also in sehr guter Gesellschaft. Und das hat uns sehr geholfen, diese Veranstaltung erfolgreich ins Leben zu rufen. Wir hatten nicht geplant, lange Vorträge zu halten. Es war ja Freitagabend und die Leute wollten ins Wochenende und die Aufnahmekapazität ist dann auch begrenzt. Sondern es waren ein bis zwei Kurzverträge mit jeweils 20 Minuten, sodass also im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, 40, 45 Minuten Vortragszeit eingeplant war. Der Rest des Abends war quasi zur Feindverfügung. Wir haben relativ schnell eine Zielgruppe von 20, 30 Teilnehmern aufgebaut, die da regelmäßig teilgenommen hat und hatten ganz viele wiederkehrende Besucher. Und wie man unten an der Liste sieht, ich lese es jetzt nicht alles vor, aber man sieht es ja auf der Folie, ein sehr breites Themenspektrum. Also viele fachliche Themen, aber auch allgemeinere Themen für verschiedenste Zielgruppen, sodass eigentlich für jeden Mal was dabei war. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Wie gesagt, wir hatten regelmäßige Besucher, immer wiederkehrende Besucher. Es gab so einen festen Kern, der sich dort dann einmal im Monat getroffen hat. Und wir haben das Ganze dann weiterentwickelt. Denn in ein, zwei Kurzverträgen kann ich Wissen natürlich nur begrenzt weitergeben. Wir haben neben den monatlichen Open-Source-Treffen in unregelmäßigen Abständen die Open-Source-Workshops ins Leben gerufen. Das waren dann ergänzende Workshops zu sehr konkreten Themen, die dann halber bis ganzer Tag am Wochenende, Samstag in der Regel waren. Und der Teilnehmerkreis dort waren mindestens zehn, maximal 25 Teilnehmer, glaube ich. Dass wir also eine gewisse Anbinderbasis hatten, die teilnehmen wollte, damit sich der Workshop auch lohnt, aber nicht zu groß, damit wir auch wirklich in Gruppen arbeiten können. Auch die Workshops waren kostenfrei. Es gab Material und es gab zum Teil wirklich gute Handouts. Wir haben aber in dem Fall natürlich um Anmeldungen gebeten, um planen zu können, lohnt sich denn dieser Workshop. Und das hat sich auch sehr, sehr gut etabliert, hat wirklich gut funktioniert. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wir könnten doch noch eine andere Veranstaltung machen und sind auf die Idee des Open-Source-Kochens gekommen. Zunächst der Name, wir hatten Open-Source-Treffen, wir hatten Open-Source-Workshops, lag also auf der Hand, wir nennen das Ding einfach Open-Source-Kochen. Und ich muss zugeben, haben uns dann im Nachhinein erst Gedanken gemacht, was denn diese Veranstaltung, die wir da jetzt ins Leben gerufen haben, eigentlich mit Open-Source gemeinsam hat. Und da kam raus wahnsinnig viel. Das möchte ich euch im Folgenden ein bisschen erklären. Zunächst mal, wie ist das entstanden? Es war vermutlich ein etwas längerer Abend. Es gab irgendwie ein, zwei Bier und wir saßen da so zusammen und guckten in die Runde. 20, 30 Leute, die da saßen. Und die Veranstaltung oder der Veranstaltungsort hatten eben eine Küche, weil die tagsüber auch die Jugendlichen dort verköstigt haben. Und so aus einer Bierlaune raus haben wir gesagt, Mensch, ihr habt eine Küche, wir könnten doch da mal für die Leute hier oder mit den Leuten hier kochen. Und dann sagten die, ja klar, mach doch. Dann hatten wir ein Problem, weil dann mussten wir irgendwas daraus machen. Gesagt, getan. Wir hatten die erste Veranstaltung dann eigentlich relativ kurz nach dem ersten Open-Source-Treffen. Das war ja im Juli 2009. Die erste Koch-Veranstaltung war im April 2010. Das war durchaus noch ein bisschen chaotisch, aber seitdem gab es insgesamt 15 Veranstaltungen. Auch hier Freitagabend, meistens dann noch eher bis in die frühen Morgenstunden bis Samstag. Und auch hier mit 20 bis 30 Teilnehmern. Auch da viele wiederkehrende Teilnehmer. Wir haben das mal so ein bisschen hochgeplant. Wir hätten maximal in den damaligen Räumlichkeiten maximal 40 Teilnehmer unterbringen können. Und letzten Endes, so ganz dumm war dann die Idee ja gar nicht. Denn wir hatten eine Gruppe von Leuten, die haben ein gemeinsames Interesse gehabt, ein gemeinsames Hobby, nämlich Open-Source, freie Software, IT, Technologie. Und warum sollte man sich nicht in dem Kreis, den man kennt, mit dem man dann auch gut befreundet war, auch mal abseits der Technik treffen? Das hat sich bewährt, denn zu den Koch-Veranstaltungen haben dann die Leute, die im Bereich gearbeitet haben oder die regelmäßig die Open-Source-Events besucht haben, ihre ganze Familie mitgebracht. Da waren kleine Kinder dabei, da waren die Ehepartner, die Lebenspartner dabei. Und das war eigentlich ein schönes Zeichen, dass man auch abseits dieses technischen Themas gut ausgekommen ist. Und mein Paradebeispiel ist, es gibt ja auch Schachclubs, die fahren da mal gemeinsam Ski, also was völlig anderes. Warum sollen wir als eine Gruppe, die sich für freie Software interessiert, nicht auch mal irgendwas anderes machen? Zum Beispiel eben gemeinsam kochen. Und ich habe schon gesagt, im Nachhinein haben wir uns dann eigentlich überlegt, was hat denn das so mit diesem Open-Source-Prinzip zu tun? Das ist eine ganze Menge. Zum einen, in jedem Open-Source-Projekt kann ich nur erfolgreich sein, wenn die Leute, die dort tätig sind, gemeinsam und aus Spaß an der Sache arbeiten. Und so ist es bei uns auch. Keiner hat Bock, an einem Freitagabend da 30 Leute zu verköstigen. Das muss schon irgendwo Spaß machen. Das war also die erste Voraussetzung. Dann, natürlich haben wir uns als eine Gemeinschaft verstanden, wie man das neudeutsch so schön nennt, eine Community. Nämlich die Gruppe, die hier gerade gemeinsam kochen möchte. Was wir auch in vielen Open-Source-Projekten haben, ist, dass ich gerade am Anfang, wenn das noch am Wachsen ist, natürlich eine gewisse Neugier brauche. Ich brauche so ein bisschen Verrücktheit vielleicht, eine gewisse Experimentierfreude. Also ein gewisser Wahnsinn gehört dazu, um das überhaupt ins Leben zu rufen. Und so war es bei uns letzten Endes auch. Denn wir mussten ja auch irgendwie diese ganze Idee vorantreiben und das auf den Weg bringen. Und natürlich gehört da so ein gewisser Wahnsinn dazu, für 30 Leute zu kochen. Vor allem dann, wenn man es eigentlich gar nicht gut kann. Kommen wir gleich noch dazu. Und natürlich haben wir wahnsinnig viele Fehler gemacht am Anfang. Das Wichtige ist, wie in jedem Open-Source-Projekt, man muss daraus lernen, das Wissen dann weitergeben, damit man selber und auch die anderen diese Fehler nicht wiederholen. Das war das ganz Wichtige. Und das haben wir auch gemacht. Es geht los beim Einkaufen für die Veranstaltung. Was muss ich denn einkaufen? Wie plane ich das denn? Was brauche ich für die Dekoration? Und, und, und. Wir haben ganz viele Fehler gemacht und haben uns immer wieder verbessert und haben dieses Wissen auch weitergegeben. Dann ist es bei Weitem nicht so, dass bei uns jeder kochen kann oder jeder irgendwie für 30 Leute das planen kann. Jeder hat so ein eigenes Talent, hat so sein, ja, spezifisches Set an Skills, an Erfahrungen. Und das ist im Open-Source-Projekt auch so. Es gibt Entwickler, es gibt Designer, es gibt Leute, die machen Dokumentationen, es gibt Übersetzer, Infrastruktur und, und, und. Und jeder muss eigentlich dort arbeiten, wo er sich am wohlsten fühlt. Und das machen, was er am besten kann. Und so ist es bei uns auch. Der eine kann das super durchplanen. Der andere steht besser am Herd. Und eben zu finden, wer kann denn was ganz gut? Und wo sind so die Skills der Leute? Das war eine der Herausforderungen, die wir gemein mit vielen anderen Open-Source-Projekten haben. Dann ist es so, wir wollen ja nicht immer die gleichen Leute da haben, die dann alle verköstigen. Wir wollen ja Beitragenden haben. Leute, die wirklich mitmachen. Und dazu müssen wir natürlich für diese Idee auch andere motivieren, sich einzubringen. Das ist in jedem Open-Source-Projekt. So ein Einzelner kann schon was reißen, aber ich brauche ganz, ganz viele Leute, die beitragen. Und das geht nur dann, wenn ich andere motiviere, sich da auch einzubringen. Dann natürlich kann sich jeder vorstellen, für 30 Leute kochen, da brauche ich schon Koordination. Die ist immer irgendwie chaotisch, das ist so auch in ganz vielen Open-Source-Projekten. Irgendwie funktioniert es dann immer, aber eine gewisse Koordination brauche ich einfach. Und last but not least, das Ergebnis, das dabei rauskommt, das ist für alle da. Natürlich, Essen ist irgendwann weg. Ein Source-Code, den ich verteile, ist nicht weg. Da ist schon ein Unterschied. Aber der Gedanke, dass wir möglichst viele Leute an dieser Sache, die wir da machen, teilhaben lassen wollen, der eint uns mit ganz vielen Open-Source-Projekten. Und insofern gibt es schon auf den ersten Blick eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen einem Open-Source-Projekt und unserer vielleicht ein bisschen verrückten Idee des Open-Source-Kochens. Wie haben wir das gemacht? Für die Veranstaltung hier gab es am Anfang einen Call for Papers. Reicht sein Vortrag ein, man macht einen Vorschlag, man sagt, wie viel Zeit man braucht, über was man sprechen möchte. Wir haben analog einen Call for Recities gestartet. Das heißt, wir haben den Leuten gebeten, sagt doch mal, was ihr kochen möchtet und am besten schickt uns ein Rezept dazu. Und am besten, wenn ihr helfen könnt, sagt uns Bescheid. Wir haben das über Mailing-Listen, Social Media und diverse Kanäle gemacht. Uns war aber wichtig, da jetzt nicht irgendwie nur eine Pizza in die Mikkelwelle zu schieben, sondern wirklich was Gutes zu kochen. Und da kamen ganz, ganz interessante Sachen bei raus. Ihr seht es hier auf den Folien. Wir hatten japanisches Essen, mexikanisches Essen, ungarisch, indisch und vieles mehr. Und das häufig auch mit der Unterstützung von Leuten, die aus diesen Ländern stammen, die also die Küche kennen. Wirklich Locals, Einheimische, die uns da helfen konnten und erzählen konnten, wie man das richtig macht oder was man dort isst. Dann, genauso wie in einem Open-Source-Projekt, war uns wichtig, dass jeder mitmachen kann, dass es also ganz niedrige Einstiegshürden gibt. Beim Essen ist es so, es gibt Leute, die mögen bestimmte Dinge nicht, die vertragen bestimmte Dinge nicht und all das wollten wir auch berücksichtigen. Also Veganer, Vegetarier, Allergiker oder auch einfach Leute, die bestimmte Dinge nicht mögen. Und das kann man entweder dadurch tun, dass man ein Gericht findet, das für alle passt oder ich habe eben mehrere Optionen. Und das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht nur irgendwie Schweinebraten mit viel Soße machen, sondern eben auch vernünftige Sachen anbieten für Leute, die das vielleicht nicht mögen oder nicht essen können. Und ganz lustig natürlich, wir haben häufig zu Hause einen Metatest gemacht, um mal in kleiner Runde zu gucken, funktioniert denn das, was wir uns da ausgedacht haben. Das war eine immer sehr lustige Veranstaltung. Der zweite Schritt, jetzt müssen wir irgendwie aus der Idee was machen. Also wir im Software-Terminus, wir kompilieren uns dann da mal was. Zuerst gibt es Build-Requirements, die wir erfüllen müssen. Sprich, wir brauchen die Zutaten, um überhaupt das Essen kochen zu können. Und das ist für den Familieneinkauf vielleicht noch relativ einfach machbar. Aber wenn ich für 30, 40 Leute einkaufe und auch Gerichte habe, die ich so gar nicht kenne, die ich vielleicht auch gar nicht gemacht habe, dann dauert das ein bisschen länger. Wir sind in einen typischen Großmarkt gegangen und auch da ist man mit dem Warenangebot häufig überfordert. Das hat also mal eben drei Stunden gedauert. Mussten wir auch ganz schmerzig lernen. War so der Gedanke, wir gehen da mal eben eine Stunde einkaufen. Nachher waren es halt drei. Trotz großer Gruppe und eigentlich einer ganz guten Planung, aber das passiert. Dann hatten wir so eine Art Projektmanagement, möchte ich es mal nennen. Denn wenn ich mich bei drei Leuten verschätze, ist das nicht ganz so schlimm. Bei 30 habe ich nach oben oder nach unten echt viel Luft. Kann also viel schief gehen. Das heißt, wir haben im Vorfeld relativ einfach mit einer Tabellenkalkulation in der Suchmaschine ausgerechnet, was für Mengen brauchen wir denn? Also wie viele Kilo Tomaten? Weil da rede ich dann nicht mehr über Gramm, sondern über Kilogramm. Und was kostet das alles? Denn der Gedanke war, keiner will hier irgendwie Geld verdienen. Wir legen die Kosten fair auf alle um und sind dann letzten Endes zwischen 5 und 5, 10 Euro pro Person rausgekommen. Inklusive Getränke mit drei Gängen, mit einem Drum und Dran. Und das ist natürlich deutlich günstiger als in einem guten Restaurant. Der nächste Schritt ist, ich würde es Release Engineering nennen. Wir müssen dann aus dem, was wir eingekauft haben, ja auch wirklich was machen. Und ich brauche zum einen Leute, die setzen sich sprichwörtlich den Kochhut für jeden Gang auf. Die müssen nicht alles selber machen, aber es muss einen geben, der macht die Ansage, wie mache ich die Vorspeise. Es muss einen geben, der macht die Ansage, wie mache ich das Hauptgericht und so weiter. Und dann kochen wir zusammen. Und auch da haben wir viele Herausforderungen festgestellt, die wir in jedem Open-Source-Projekt auch haben. Zum einen, ich brauche Multiplikatoren. Es gibt eben nur einige wenige, die gut kochen können. Der Großteil der Leute, die da dabei waren, der kann es gar nicht oder kann sich bestenfalls selbst verköstigen, kann aber keinesfalls für 30 Leute kochen. Also muss es Leute geben, die Wissen weitergeben, die Leute an die Hand nehmen und die dafür sorgen, dass auch wirklich was Leckeres auf dem Teller landet. Und dann sind wir in so eine Art Infrastruktur-Skalierungsproblem reingelaufen, denn der Herd, wir sind es nachher noch, der hat halt vier Platten. Wenn ich da jetzt sechs Töpfe draufstellen möchte, wird das wahnsinnig schwer. Also auch da muss ich irgendwie kreative Lösungen finden. Und dazu gehört, ich muss parallel arbeiten. Wir haben, man sieht ja so ein paar Beispiele, 18 Kilo Tomaten für eine Tomatensuppe, 100 Eier, Wein in meinem Sixpack und so weiter. Das muss ich parallel bearbeiten. Ich kann nicht nacheinander das machen. Ich muss da ein System finden, damit dann auch irgendwann mein Essen rauskommt. Zeitbasiertes Release-Modell bei uns war dann doch eher schwierig, weil bestenfalls gab es den Hauptgang irgendwie um halb zehn. Wir hatten es auch mal nachts um halb zwei passiert. Muss man mit rechnen, ist so, aber es war trotzdem lustig. Und eins eint uns, glaube ich, auch mit ganz vielen Open-Source-Projekten. Die Dokumentation war zum Teil schon verbesserungswürdig, denn wir müssten immer noch mal so ein paar Rezepte online stellen. Das hinkt also hinterher und ich glaube, das ist nur fair zu sagen, dass das in manchem Open-Source-Projekt auch so geht. Also haben wir da sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, danach, dann wurde es schwierig, denn die Leute haben gegessen, haben getrunken, waren müde und dann ging es aber ans Abspülen. Da muss die Küche gereinigt werden, die Maschinen und, und, und. Das war dann schon deutlich schwieriger. Auf einmal mussten alle ganz dringend nach Hause, weil der letzte Zug fährt. Also da mussten wir so ein bisschen kreativ sein, um dann auch noch aufräumen zu können. Und was wir festgestellt haben, egal wie wir planen, man kauft immer so ein bisschen zu viel ein. Das Auge ist dann doch größer als der Mund. Und wir hatten dann überlegt, was machen wir jetzt mit dem übrig gebliebenen Essen? Deckwerfen ist eigentlich viel zu schade. Den Leuten mitgeben, die ohnehin gerade schon sich den Bauch vollgeschlagen haben, kann ich machen. Aber wir sind auf die Idee gekommen, das einer karitativen Einrichtung zu spinnen. Die haben sich wahnsinnig gefreut. Und wir sind dann dazu übergegangen, ganz bewusst mehr zu kaufen. Das macht dann letzten Endes so einen Euro pro Person mehr. Und wir hatten dadurch die Möglichkeit, garantiert nach jedem Kochen einer karitativen Einrichtung Essen zu geben, dass sie dann wirklich Bedürftigen mitgeben konnten. Das war für uns ganz wichtig, weil wir hatten einen tollen Abend. Wir haben es uns gut gehen lassen und konnten mit ganz, ganz wenig Aufwand Leuten, denen es eben gerade nicht so gut geht, auch eine schöne Zeit bescheren. Das ist super gut angekommen und war in der Planung kein großer Mehraufwand, ein Euro mehr. Aber wir konnten immer wirklich was Gutes tun. Wir haben natürlich noch so eine Art Feature-Liste mit weiteren, vielleicht ein bisschen verrückten Ideen. Wir wollten das Ganze auch mal außerhalb von München machen. Sobald es aus Deutschland rausgeht, wird es deutlich schwieriger. Da gibt es dann tausend Regeln. Das gibt es hier auch schon, aber es wird nicht einfacher im Ausland. Wir hatten Anfragen in der Tat von Fernsehsendern, die dann so nach Leuten, die kochen, gesucht haben. War auch ganz lustig. Wir hatten schon mal überlegt, ob wir die Idee da weiterverbreiten sollen. Dann gibt es einen riesigen Kürbis, in dem kann man, glaube ich, wohnen, in diesen Großmärkten. Der kostet 700 Euro. Wir hatten uns ernsthaft überlegt, ob wir eine Möglichkeit haben, den sinnvoll zu verarbeiten. Wir haben aber noch nichts gefunden. Und ein bisschen ernster, anders angeknüpft mit der karakterativen Einrichtung, die überlegen, ob wir nicht mal eine Möglichkeit finden, einen Euro oder 50 Cent für jeden Euro-Umsatz, den wir bei dem Händler machen, als Spende für Bedürftige zu bekommen. Das ist noch so eine Überlegung, ob die Händler da mitmachen, einen gewissen Teil dessen, was wir dort einkaufen, als Spende an eine gemeinnützige Einrichtung zu geben. Das ist noch etwas, an dem wir arbeiten wollen. Einen Punkt möchte ich nicht verschweigen, denn die letzte Veranstaltung, und das hat mit der Pandemie nur bedingt zu tun, war leider vor einigen Jahren. Das hat also lange sehr gut geklappt, aber dann nicht mehr. Und auch das ist etwas, was ja viele Open-Source-Projekte erleben, dass ich so eine Art Long-Term-Maintenance, eine Nachhaltigkeit in der ganzen Geschichte brauche. Und wo dann liegt es nicht daran, dass die Leute irgendwie keinen Bock mehr haben, sondern viele der damals Involvierten, die sind einfach nicht mehr da. Die haben keine Zeit mehr. Das sind geänderte Lebensumstände. Leute haben einen Job, gründen eine Familie, ziehen um, haben andere Hobbys und dann leidet das halt. Und wenn man es nicht schafft, rechtzeitig Nachwuchs zu bekommen, Leute zu finden, die widersprichwörtlich den Kochhut aufhaben, dann wird es halt schwierig. Und insofern muss eigentlich jedes Open-Source-Projekt und auch so unsere kleine verrückte Idee mit dem Kochen nachhaltig angelegt werden. Und das, was man gemeinhin als Busfaktor bezeichnet, vermieden werden. Es sollte also immer viele Leute geben, die etwas tun können. Viele Leute, die eine Aufgabe übernehmen können. Das Wissen muss weitergegeben werden. Und auch das eint uns letzten Endes wieder mit ganz, ganz vielen Open-Source-Projekten. Jetzt möchte ich von der grauen Theorie noch ein bisschen in die Praxis kommen und ein paar Fotos zeigen und passend zur Uhrzeit. Kurz vorm Abendbrot hoffe ich, dass mir keiner böse ist, wenn ich euch noch ein bisschen hungrig mache. Das sind also live und ungefilter, wie man so schön sagt, Fotos aus den Kochveranstaltungen, die wir gemacht haben. Und ich werde jeweils noch ein paar Worte dazu sagen. Das ist der, würde ich sagen, Source-Code für die Beilage oder den Salat als Vorspeise. Man sieht schon Tomaten und war, glaube ich, nicht nur diese Kiste, waren ein paar mehr. Salat in ganz, ganz großen Behältern und insgesamt doch eher größere Portionen und üppigere Gebinde. Man kauft dann doch eher in größeren Formaten. Und das haben wir natürlich mal für den Hauptgang und für die Nachspeise gehabt. Also da hat sich echt viel angesammelt. Zum Kofferraum war sehr, sehr schnell voll. Das ist der berühmte Ofen mit den vier Platten. Wir hätten eigentlich sechs oder acht gebraucht. Ist also ein ganz normaler Küchenofen, nichts Spezielles. Und ihr seht hier das, was ich eingangs gesagt habe, mit den verschiedenen Gerichten. Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine Suppe gewesen. Einmal vegetarisch, einmal mit Fleisch. Und ich weiß nicht, ob einmal vegan oder einmal Schwein und einmal Rind. Aber dass wir eben versuchen, die Gerichte so anzupassen, dass jeder was davon hat. Dann auch eine lustige Geschichte. Es war nachts um eins, halb zwei. Und wir haben festgestellt, wir haben alles bis auf das indische Fladenbrot. Dann standen wir da, weil nachts um eins, halb zwei kriege ich natürlich nicht irgendwas zu kaufen. Und dann stellt sich raus, dass ein Kollege, der vor Ort war, der im Hauptberuf als Sys-Admin arbeitet, früher mal in der Bäckerei gearbeitet hat. Und sagte, du, gar kein Thema, gib mir ein paar Minuten. Und der hat uns dann dieses leckere Fladenbrot gezaubert. Und das war wirklich genauso lecker, wie es hier auf dem Foto aussieht. Das war auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Der hat irgendwie nur die Hälfte der Werkzeuge gehabt, aber macht nichts, hat er hinbekommen. War eine tolle Improvisation. Irgendwann mitten in der Nacht, mitten in München. Auch das ganz viel Handarbeit. Das sind Teigfladen gefüllt mit Fleisch. Und ich vermute, es gab eine zweite Variante mit Gemüse oder Spinat. Spinat und Fleisch, glaube ich. War sehr lecker. Und diese Formen haben wir dutzendfach gefüllt, um alle zu verköstigen. War ganz, ganz viel Handarbeit. War auch eine ganz lustige Geschichte. Und natürlich gab es dann auch zum Abschluss eine süße Nachspeise. Da sieht man auch ein paar Bilder, was wir da so gemacht haben. Also ihr merkt schon, es war nicht immer nur so Essen von der Stange, Pizza in die Mikrowelle, sondern durchaus auch Dinge, die man sich vielleicht allein und daheim nicht kochen würde. Ja, und jetzt hoffe ich, ich habe euch so ein bisschen Hunger gemacht. Denn der Plan ist in der Tat, dass wir nach der Pandemie hoffentlich solche Veranstaltungen wieder durchführen können. Und wer Lust hat, noch ein bisschen mehr zu lesen, bei mir im Blog gibt es einen Artikel zu dem Thema, gibt es noch mehr Fotos dazu, gibt auch einen Link auf einen Zeitschriftenartikel dazu. Und ja, wir möchten da gerne wieder mehr machen in der Zukunft, wenn es denn die Zeit und auch die Situation draußen ermöglicht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und soweit ich weiß, gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit für eine Fragerunde, einen Chat hier in Jitsi, bei dem wir uns unterhalten können, bei dem ich auch gerne noch ein paar Fragen beantworte und ansonsten auch gerne einfach eine Mail schicken. Ich freue mich auf Rückmeldungen und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.